Ciao, ihr wunderschönen Menschen herzlich willkommen bei einem neuen Modern Warfare 3, äh, Modern Warfare 3, stimmt schon doch, Modern Warfare 3 Online Commentary Match, diesmal, ja, auf der Map Fallen, wieder, oder, mal wieder, ein Sniper Gameplay und ich, mir macht Snipern jetzt zur Zeit richtig geilen Bock und es ist auch, ich bin auch gut, also, mir macht Snipern seit Ewigkeiten Spaß, ungefähr seit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren, aber der Spaß war halt nicht immer so, weil man schlecht ist. Und, ich will gleich mal anfangen und wir spielen hier ein Capture the Flag, spielen wir nicht, natürlich, nein, nein, wir spielen Demolition und, ja, ich kann schon ein bisschen Snipern und auch ein bisschen Quickscopen, also, es klappt schon manchmal, was mich wirklich sehr freut und, ähm, da ich ja immer noch Sniper spiele, will ich auch dann mal kurz auf meine Sniper Montage zu sprechen kommen, die es dann dann gibt, ab Level 80, äh, wenn ich halt mit dem Prestige fertig bin, weil ich hab mir als Ziel genommen, ich muss es eben einfach in jedem Video sagen, weil es einfach so dazugehört, ich dachte mir als Ziel, hey, ich will jetzt mal ein komplettes Prestige nur mit der Sniper spielen. Ich hab jetzt die MSR auf Level 32 vom Waffending und, ähm, eine andere auch noch, die, ähm, Barrett hab ich auch noch auf Level 200, also auf maximalen Waffenskill, die will ich nicht auf Gold haben, das interessiert mich gar nicht, mach ich später weiter mit der, dass ich auf Gold bekomme. Äh, und dann noch die L98, also das eine, das dritte, das L11, L irgendwas, hab ich auch noch als, ähm, ja, als Waffe und da bin ich auch zu zweit ziemlich weit mit den drei Waffen eigentlich im ganzen Großen. Und es läuft echt gut, das Ding, und ich camp hier nicht. Ich will eigentlich, bin ich dabei, C1 zu nehmen, obwohl ich 10 Meter daneben oder 20 Meter daneben stehe. Das macht aber gar nichts. Das ist nicht campen, ich muss es nochmal dazu sagen, ich will halt nicht als Camper da stehen. Äh, aber anscheinend denken einige, hey, der camp da hinten auf dem Tochter drum. Ja, das geht nicht. Und ihr wundern euch vielleicht, doch hoffentlich auch nicht. Hoffentlich ist es einfach so, dass ihr denkt, hey, suchen wir mal wieder ein MV3-Kommentary, weil, da hinten ist der Clanky, weil es ist ja so, gestürmt. Also, es ist ja so, äh, jetzt habe ich mit den Belfi 3 Gameplays angefangen und das heißt nicht, dass ich jetzt keine MV3-Gameplays mehr mache, natürlich nicht. Obwohl ich teilweise sagen muss, dass mir MV3 doch besser gefällt als MV3, weil, ich weiß nicht, es gibt zwar auch Camper, aber die bloß in vereinzelten Modien oder Mod-Modussen, was ist der, ähm, was ist der Plural von Modus? Ich glaube, Modien. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da auch Camper, natürlich, aber halt nicht ganz so extrem wie hier, weil hier echt in jeder Scheiß-Drecks-Ecke campen die. Da war gerade Donald Duck bei mir. Ähm, und das finde ich halt nicht schön. Hier haben wir einen Reaper gesehen, also den roten Strich jedenfalls und nochmal einen schönen anderen Kill. Der Gegner sieht mich nicht und der wird, ja, erschossen, ne? Wieder Hedgehardt, wunderbar, gibt mir Punkte. So, und warum? Nee, er soll sterben, er soll sterben, er soll sterben, aber er stirbt einfach nicht. Schade, aber Narciss reicht ja auch, warum auch nicht. Der Typ macht Selbstmord. Ist auch mal schöne Sache im Spiel. Nicht, dass ich irgendwie so angegriffen werde oder so. Und ich habe ja schon jetzt gerade vorhin erwähnt irgendwas, wo ich jetzt gerade vergessen habe. Deswegen sage ich mal was anderes. Oh, wir haben eine EMP, schön. Ähm, ja genau. Also es kommen natürlich weiterhin, äh, MV3-Gameplays, weil, warum auch nicht? Ich habe beides gekauft, ich will beides spielen online. Und das macht mir auch einen scheiß großen Bock. Scheiß-Drecks großen Bock. Ich will aber auch dann, äh, den Multi-Single-Player-Online-Match, also das Single-Player-Ding spielen und aufnehmen natürlich, weil das macht mir einfach Spaß. So, Ankündigung auch mal hier mal. Wieder, ja, vollbracht. Und, genau. Dann geht's weiter. Wir haben 85 Punkte. So ungefähr die Hälfte. Ja, ist nicht schlecht. 100. Die Hälfte von 285. Genau. Ja, den schaffe ich halt jetzt nicht. Mein Gott. Also, zweimal gestorben, was soll's. Was anderes ist, weil man nicht sterben sollte, ist die Moab. Also die Mother of All Bombs. Die Mutter aller Bomben. Das ist ein Thema, die Moab. Ich habe es mir schon öfters angeschaut und ich habe mir auch vorhin angeschaut, äh, ein Video, wo ein englischsprachiger, ja, Spieler, würde ich mal schätzen, wo ein englischsprachiger Spieler, der hat einfach mal so, weil er gerade gut drauf war, äh, Entschuldigung, ein 84, äh, 74 zu 0 gemacht in einem Ground-War-Demolition-Match. Tsch, schluck auf, weh. In einem 84 zu, äh, 74 zu 0 Demolition-Match hat natürlich die Moab bekommen und hat mit der Assault-Klasse gespielt. Ja, welch ein Zufall aber auch, hey. Da sieht man also auch, man kann die Moab auch erreichen, nicht nur mit der, äh, einen Ding-Klasse da, mit der Spezialisten-Klasse, sondern auch wirklich mit der, mit dem anderen Klasse. Man kann's mit denen eigentlich erreichen. Und ich finde auch, man kann's mit der Unterstützungs-Klasse erreichen. Es ist vielleicht am schwersten mit der Unterstützungs-Klasse, also mit der Support-Klasse, weil, ja, gut, man kann das Radar vom Gegner lahmlegen und so weiter. Man hat selber ein Radar, dass man die Gegner Punkte sieht. Das ist auch ganz schön, das haben wir auch. Ja, das ist eigentlich schon von Vorteil. Aber dann gibt's halt so Sachen, ja, du hast halt, äh, Munitionsprobleme und den ganzen Scheißdreck. Und deswegen, äh, sterb ich ja auch. Wegen Munitionsprobleme, genau. Und ich hab's mir schon als Ziel gesetzt, so einen blöden Moab zu bekommen, aber ich bekomm einfach keine. Weil's halt einfach wirklich, ähm, utopisch schwer ist, in diesen Zeiten, ne. Ich hab'n angehittet, obwohl ich geflasht war, bekomm nicht mal einen Punkt dafür, Arschloch. Es ist utopisch schwer, in diesen Zeiten, eine Moab zu erreichen. In jeden Fall für mich, weil ich immer das Opfer von Campern und dergleichen werde. Ich camp hier nicht, ich schau's im Fenster, sieht ein und also, äh, also schieß ich einfach ab. Mein Gott, ist ja nicht so wild. Ähm, ja, jetzt will ich mal wissen, was haltet denn ihr von der 74 zu 0, ähm, ja, Serie? Und habt ihr schon mal eine Moab gehabt oder wollt ihr eine erreichen und klappt's bei euch nicht? Soll ich mal eine Moab-Guide machen oder soll ich mal ein Video machen, wo ich einfach eine Moab haben will? Ich hab links einen Gegner übersehen, den ich jetzt wieder seh und dann leider nicht töte. Aber ist ja nicht so wild. Die Runde war wieder mit Clanky zu sehen, der war hier kurz im Bild eingeblendet, weil er unten stand. Und wieder mal eine gute Runde mit Clanky, äh, ist, ja, entstanden, ne. Jetzt hab ich zweimal entstanden gesagt, das ist nicht gut. Ähm, Entschuldigung. Und das ist wieder abends entstanden. Ich zocke MW3 bloß abends, weil ich da Zeit hab und mittags bin ich halt nicht zu Hause. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich mittags nicht COD zocke. Genau. Und jetzt will ich wirklich mal endlich das Prestige, so schön es auch ist, das Prestige fertig machen mit der Sniper. Ähm, ja, es ist schön, es macht Spaß und so. Aber das ist halt schon eine kleine Eingeschränktheit. Ich freu mich jedes Mal, wenn ich einen Gegner seiner Waffe aufnehmen kann. Und, ähm, dann was anderes, als ich die Sniper hab. Weil, wenn ich die aufnehme, die Waffe und meine Sniper leer ist und meine Secondary Waffe, dann freu ich mich schon wirklich. Und ich find's auch wichtig, in dem Spielmodus, oder in dem meisten Spielmodus, also eigentlich in jedem Spielmodus, das scheiß Spielziel zu erfüllen. Weil, was hilft's mir, wenn ich jetzt, äh, Ding spiel? Wenn ich jetzt, äh, wie heißt's, Kill Confirmed, also Abschluss bestätigt spiel? Und dann sammle ich die hässlichen Scheiß-Drecks-Dock-Tags nicht ein. Was ist denn das? Ja, wo sind wir denn da? Er ist unter mir. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das, weil ich seh da viele von meinen Teamkollegen, äh, Kollegen oder Teammitgliedern jedenfalls. Das sind keine Kollegen von mir. Von denen seh ich einfach viel zu viele, wo einfach, da liegen sechs Marken auf dem hässlichen Boden. Und die schauen den nicht mal mit dem Hintern an, weil sie es anscheinend nicht sehen wollen, oder was weiß ich was, was für ein Grund das ist. Ähm, das find ich lächerlich ein bisschen. Weil ich will das Scheiß-Spiel endlich, also das Scheiß-Match gewinnen. Und deswegen will ich auch, ja, machen, was man verlangt. Wenn es die Aufgabe ist, äh, weiß ich nicht, isst drei Äpfel, dann will ich nicht mit Kuchen anfangen hier. Oder mit Birnen. Das wär noch schöner, wenn ich dann mit Birnen anfange. Und apropos Birnen, was auch ganz schön ist, also was auch ganz schön schmeckt, ist der Triple Kill vom Clanky, der er grad mit seinem Stealth-Bomber da erreicht hat. Und man sieht schon, ich nehm als, ja, wenn die Gegner halt ein bisschen, ähm, knapper werden, wenn es ein bisschen knapper wird mit den ganzen Gegnern, dann nehm ich schon mal gern die MLS, äh, Schmon, dann nehm ich schon mal gern die Magnum hervor, weil es einfach, äh, es klappt nicht immer bei mir als Quick-Skript. Und deswegen entschuldige ich die auch, fromm höflich, dass ich nicht ganz, äh, 100.000% nur mit der Sniper spülle. Das wär auch, weil dann, ne, ne, genau, deswegen kann ich nicht nur mit der Sniper spüllen. Das ist ja auch ein bisschen, ja, komisch. Die scheiß Camper können mich mal ausschlecken. Ich camp zurück. Heute wird zurückgecampt. Ähm, tut mir leid, weil es das irgendwen, ja, angesprochen hat. Und, aber so ist das Leben. Ich knall mir jetzt gleich meinen wunderbaren Energy Drink. Ich hab heute vorhin trainiert. Und dann mal einen 360, äh, No, Shut, No, Treffer, englisches Wort Ding. Und die Runde geht mit nem Last Kill von Clanky aus. Wunderschön. Und Sunken ist sein Opfer. Dutchbag, der Idiot, also Dutchbag heißt Idiot, sowas ähnliches auf Englisch. Der ist auch dabei, 36 zu 11. Ist ne schöne Runde mit der Sniper, finde ich. Kann man nix dagegen sagen. 36, 11 und 3 Assists. Da kann man schon mal, äh, das zeigen, genau. Dann nen fette Fang fürs zu gucken. Wunderschönen Day noch. Bis zum nächsten Mal. Danke für alle Abonnenten, wo mich abonniert haben. Und wo mich noch abonnieren, ähm, ja, werden wollen. Und gehabt haben. Äh, da, dann sag ich mal Tschüss, ne, bis zum nächsten Mal. Ja, da, dann sag ich mal. Ja, da, dann sag ich mal. Ja, da, dann sag ich mal.